Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Mardin! Sie bleiben befehlst du in das Meisten! Oh, meinst du das einfach gelungen? Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niedersträchtiger Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich sage Feiglinge! Verräter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheblich! Die Generalität ist ein Geschmack des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademieen zugebracht haben, Wurm zu laden, wie man Messer da behält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kump daran getan! Von jahrelang alle hoeren Offiziere registriert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus Mischendes Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn diese Verraten und Betrogen wurden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus!